Jo, hi! Ich bin hier unterwegs und ich war einfach mal hier unterwegs zum Tami-Tami und haben dann mal hier unser Metalldetektor hier ausgepackt und da hat er auch hier angefangen zu vibrieren. War ich jetzt persönlich auch noch nicht mit dem Metalldetektor, das ist also das erste Mal jetzt. Und ja, was liegt hier? Ich denke mal hier in diesem kleinen alten Gehege und hier Buddle-Mamu. Ihr habt es ja auch klackern gehört. Der Controller vibriert auch dann ganz wild. Und gefunden haben wir eine hohe Pfeilspitze. Das ganze hier ist das Haus vom Tami. Da wollte ich jetzt nicht hin. Da vor mir direkt das Haus vom Tami und direkt hier, da seht ihr Tami und da könnt ihr mal gucken. Da und hier die etwas weitere Übersicht. Genau. Viel Glück dabei. Bis dann. Ciao. Aber... Wir gehen nur grad noch ans Fenster gucken. Ja, da. Komm mal rein gucken. Sie ist am Kochen. Ja. Okidok. Das war's schon. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann.